läuft weiß ich höchstens den drachen mit aggro pingpong oder so ich weiß nicht ob wir den mit einschlagung runterkriegen oder hat sich da was geändert inzwischen also ohne seit dem update noch nie so weit gewesen vor allem mal verreckt oder was so hier bevor start schreibt ihn bitte erst mal hochregen alles nach passen und wir machen ganz der wird hart ja ja machen kurzen cut an der stelle und dann beginnen wir gleich redet mir okay bis gleich so da sind wir wieder so ja gucken wie wir das jetzt hier bewerkstelligen wird schon schief gehen genau das auf jeden fall so eine spot aggro pingpong er müsste mir nur sagen wer aggro hat das haben wir ein problem ja ähm ich feier auf jeden fall ich hau auf jeden fall die größen dinge raus mal gucken also ich habe ihn noch nicht er kommt wieder gut sauber sauber ich habe ihn jetzt habe ich nicht mehr jetzt läuft er in die mitte ich habe ihn ich habe er kommt zu mir sehr schön ja er kommt wieder zu mir sehr schön das läuft gut läuft gut läuft glücklicherweise gut wie viel glück kann man bitte haben jetzt umknallen umknallen da hatten ja sauber 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 dauern was für ein glack echt auch ja scheiße mir fällt gerade was ein was wir haben kein mieli stimmt naja dann wird es halt ohne gehen müssen ja und wer macht das eh nicht keine ahnung irgendjemand der den damage dann einsteckt ich habe keine manne mehr genau sofort dann muss halt lana mit den kolben drauf rumhauen kannst du nicht mit den pistolen kolben drauf hauen so schön meinen nacken rein alles wieso der äther tig hat doch fäuste ich habe schon wieder keine mann das mit der mann muss ich nur aber lassen wir mir geht so mann vor so mit meinem wagen ja das ist ganz schlimm war doch einfach dachte also normalerweise habe ich da schon schlimmere kämpfe gewinnen ja das war jetzt ausnahmsweise mal sehr gut gelaufen aber ich weiß es nicht inwiefern das jetzt wahrscheinlich wieder genürzt wurde oder so keine ahnung also die ganzen kleinen instanzen die kannst du bei solo laufen das ist ein witz geworden ja ja deswegen imba group da lachst du dich kaputt ah ein paar firewattwatt wir haben hier noch mehr tut dir keinen zwang an ich habe mein asser fertig ja ich habe nicht gemacht ich habe nur geguckt nö nö jetzt beträgt euch den pop ja ja läuft langsamer aus ein bisschen eingespielt hier ich habe ja manchmal ein paar louis was nehm ich was nimmst du hab ich auch nicht ach so eine kräfte hier links links der magia egal da 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 wir haben versuchten äh, Renndus Duo zu machen, AL-DAAA War doof. Haben wir abgeschissen. Ja, sie mit dir und Kanter, weißt. Und ich mit meinen Ether-Tech? Ja. Nee, Barde war das. Barde, ne? Wollte ich grad sagen, dein Ether-Tech ist doch erst, äh, für ihn. So, wer macht? Weißt du das? Hehe. Dann mach mal. Derweil gucken wir hier ne Runde zu. Kann ich mich mal ein bisschen zurücklehnen. Warst du mit dabei, wo Laura abgeschissen hat? Wo sie mich hier sterben lassen hat? Ähm, keine Ahnung. Weil ich die Akku ihr weggenommen hab? Keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen. Also, weiß ich jetzt nicht genau, ne. So, wo sind sie, wo sind sie, wo sind sie, wo sind sie da? War das so schlimm? Na. Er hat fast angefangen zu weinen. Weil sie es nicht geschehen, weil sie sich nicht heilen konnte oder weil... Nee. Weil sie den machen wollte. Und ich bin da einfach rein und hab nur gedacht. Ha! Wie kannst du auch, du kleiner Ego? Oh! Jaja. Aber so kennt man dich. Na? Wie kriegt man jetzt ein Melee hier? Ähm, keine Ahnung. Überlegt euch das nicht. Ich lasse euch mal ganz kurz mit dem Ton hier allein und im Bild. Ich werd mal schnell was zu trinken holen. Na? Also bis gleich. Ihr könnt auch währenddessen weiter quatschen hier. Genau. Ja, fahr ja sing mal ein bisschen. Sie singen nicht. Aber es ist total unmusical. Und es ist tatsächlich... Stimmt, kannst du nur klavier spielen? So! Der Moppa da Albe Dauna. Albe Dauna. Alala. Test, 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 test. Wer da? So, wieder da? Ja! Danke, wieso? Habt ihr mich vermisst? Ja, ganz wütendlich. Wenn's also ruhig. Ich mach hier meine Cola auf. Live on the mic. Und jetzt ist mir ein Glas. Ha! Steht noch drinnen. So. Scheiße bin ich gut. Achso. Was verpasst ich jetzt? Ich hab grad die Fässer verpasst. Aber... Ich hab Schwein gehabt. Du hast Schwein gehabt. Jaja. Warum schmeckt mir die sehr komisch? Ja. Achso. Weil sie von real ist. Weil sie von real ist. Weil sie von real ist. Achso. Ah ne, Rewe. Ne, Lidl. Ähm. Ähm. Von ähm. Flohmarkt. Von Flohmarkt. Die Cola ist von... Die Cola ist von... Die Cola ist von Flohmarkt. Die Cola von Flohmarkt. Deswegen schmeckt die so weit. Das ist ne gebrauchte Cola. Stimmt. Schon dreimal angesippelt. Und dreimal aufgemacht und zweimal reingespuckt. Hm. Lecker. Danke. Erfolgreich mit Urin wieder aufgemacht. Waaah. 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 Jaja. Waaah. Na natürlich hab ich das gesagt. Du eklig. Ey feiert kein Manna mehr. Ich kann Manna, Manna, Manna. Was ist? Ach verdammt. Aber ich hab noch... Ich hab dir noch ein bisschen gegeben. Ich hab sie gegeben. Gib sie ihm. Ist ja irgendwas abgelaufen gerade? Scheint so. Warte mal. Ich werd auch noch nachbuffen. Jetzt plätzter. Jetzt plätzter. So richtig mit Blut und Gedärme? Kaplates. Kaputt. Kaputt ist er. Ja. Aber Rentus haben sie ein... ...müh schwerer gemacht, ne? Ja. Winzer. Ja. Keine Ahnung. Stoffschuhe. Hab ich jetzt schon einen Goldteil? Na, auf jeden Fall kam jetzt viermal Gold. Und ab jetzt hab ich angefangen zu rollen. Weder. Ich hab kein Gold. Nee, ich hab schon. Nö. Dann kriegst du jetzt das Gold von mir in die Hand gedrückt. Gleich. Sobald wir oben sind. Haha. Tschüss. Ah. Der. Der. Der ist mal weg. Hallo. Hallo. Guten Tag. Bist du öfters hier? Nee, eigentlich hier schon du. Wo hast du? Alter, da. War lang. Ich hab mich aber auch grad verwirrt irgendwie. Hat er jetzt wieder verloren? Wo ist er denn? Da ist er. Ja. Kann ich grad komisch oder was ich gar nicht aufdecken? Da, 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 da. Ja, rechts. Nee, ging's. Geradeaus. Ja, die waren irgendwie erst nachher bei den. Aua. Ah. Na garst du, da sind ganz gut Druck, die Viecher. Na, vor allen Dingen auf Enrage. Ah, wir sind Enrage. Ah, jetzt egal. Ah, au, au. Ist egal, ne? Haha. Bei denen sagst du das bestimmt nicht hin. Nee. Glaub mir, ich hab einiges durch mit denen. Was ich halt bei Aethertech scheiße finde, das sind die Aues. Die kannst du nicht so ungezügelt irgendwo hin. Also Aethertech aber ist schlimmer wie ein Gladdy. Da kannst du fließen. Was ist das? Da haut ja alles im Umkreis von 30 Metern wieder raus. Nee. 15. Aber trotzdem. Ja, aber gefühlte 30. Ja, ja. Also in Rentus, das war schon episch, was ich da richtig gezogen hab. Ja, Uda. Tempel war auch nicht besser. Ja, ich hab mit den Aethertech noch gar nicht wirklich... Ich bin ja nicht wirklich weit bei denen. Und Level 13 oder so. Oh, das ist ja weit. Ja, nein. Alter, so was mach ich. Aus dem Hüftschwung. Ja, ich weiß, aber... Ähm. Wo will der hin? Den Drachen kriegst du nicht da hinten. Oder? Kann man den holen? Ah, ah. Kannst du ja mal versuchen. Du? Nee. Den kriegst du einfach. Nicht. Er ist nur Deku. Trotzdem brauchen wir noch einen Melee. Meinst du? Ja. Definitiv brauchen wir einen Melee. Oh Gott, scheiße. Ja, dann Auga mal was. Da gibt's ja noch eine neue Undenröbe. Das ist Tänk, das ist Tänk. Ah, hm. Ich faszinier das hier in der Fall haben. Oh der mach nicht. Ich will ja was nicht fehlt. Oh der Greta ist in der Fall. Ich weiß nicht. Ja. Oh. Die, 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 die.